Herzlich willkommen auf YouTube. Heute baue ich für euch meinen Präzisions-Kamera-Wagen auf. Dann fangen wir mal an. Hier nehmen wir die Strebe. A1. Das ist die falsche, wie immer. Und die A1. A1 mit Benummern hier. B1. A2. B2. So. Das war's gleich. Machen wir doch. B1. A1. A1. Da müssen wir noch ein bisschen ausgleichen. So. Dann nehmen wir die Streben. So. B1. So, jetzt können wir das mal ausgleichen. 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 So. So, jetzt können wir das mal ausgleichen. 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 Das war's für heute. Der wird an allen Seiten gemacht, damit wir die Kamera aufbauen können und endlich abbauen So, damit haut jetzt die Kamera nicht mehr ab, man kann in aller Ruhe aufbauen Jetzt kommt die berühmte Kette, da fragt man sich, wofür ist sie da, damit der Stativ nicht abhaut So, kleinen Haken rein Dann haben wir die Kamera aufbauen Ich passte jetzt natürlich nicht, weil die größere Stativ So, nehmen wir die Stopper raus, kann ja nichts mehr passieren, es kippt nichts mehr rum Die ist jetzt irgendwie schief Das sieht durch den Sucher nur so aus Ja, eins ist ein Problem, was ich dazu habe, ist hier Ja, das geht 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 Ich hab' Ich hab' So. Fackblätter Weiß? Ja. Fackblätter Weiß? Fackblätter Weiß? Fackblätter Weiß? So, jetzt nehmen wir die Kamera schön fest, hier haben wir auch mal. So, jetzt haben wir natürlich nur mein Adapter nicht mit. Scheiße, mein Dolly ist im Arsch. Aber sowas wäre doch gerade gut, das mal auszuprobieren. Hör mich aufregen! Okay? Schön! Okay. 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 Okay.